Ah! Ah! Soi! Go! Möbel! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, Turok, Dinosaur Hunter. Ja, wir spielen ein etwas älteres Spiel, das eben jetzt schon für unsere heutigen PCs angepasst wurde. Wir können mit HT spielen, ja, sofern man dann hier HT sehen kann. Die Grafik ist ein bisschen älter. Das macht aber nichts, denn der Spielspaß soll quasi unvergleichlich sein. Also wirklich richtig ein tolles Spiel. Okay, ich persönlich kenne das Spielchen hier nur von Hörensagen. Soll ja nicht weiter stören und nicht weiter schlimm sein. Wir ergründen das Ganze und erkunden. Und vielleicht tut mir sogar ein Training nicht mal so schlecht, weil ich es überhaupt nicht kenne. Rühren wir doch mal das Training aus, ne? Jo. Okay. Was ich schon entdeckt habe, ist, es gibt ja die eine oder andere Verschönerungs-Mod schon. Zum einen für die Waffen, die wir hier dann haben, tun. Und für das andere so ein Himmel-Mod wäre auch nicht so schlecht. Könnte man vielleicht irgendwann mal ausprobieren. So. Ich habe keine Ahnung, was das Plus 100 bedeutet. Ich denke, das ist mein Leben, was ich habe. Boah, das geht flott. Springen. Drücke zum Springen die Sprungtaste. Je länger du diese Taste gedrückt hältst, desto weniger was... Hä? Achso. Desto weniger was? Wahrscheinlich umso weiter komme ich, oder wie? Oh, da muss ich erstmal reinkommen. Oh ja. Hü-hüpf. Hü-hüpf. Ja, natürlich. Hü-hüpf. Hü-hüpf. Und? Hü-hüpf. Ja. Geht ja. Schwimmen. Verwende zum Schwimmen die Bewegungstasten. Mit den Sprungtasten kann Turok wieder auftauchen. Ei. Hui. Boah, der schwimmt aber schnell. Cool. Das ist die einzige Figur, die so schnell schwimmen kann. Da bin ich mir absolut sicher. Klettern. Mit den Bewegungstasten kletterst du auf die Klippe. Sieh dich mit den Blick- und Drehtasten um. Okay. Hü-hüpf. Er kann sogar hoch hüpfen. Hier. Hier. Geil. Cool. Hü-hü. Ja. Geh. Äh, gehen. Geh vorsichtig über den Baumstamm. Wie sollt... Aha, okay. Einfach... Tüpf, 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 tüpf. Vorsicht. Ja! Weitersprung. Halte die Sprungtaste länger gedrückt, um weiter zu springen. Ach, so ist das. Wow. Ach, so ist das gemeint gewesen. Okay. Ja, ja. Ich schaffe das. Ja! Schau, echt. Ich habe echt gedacht, ich fall runter. Cool. Ich bin ein Naturtalent. So schaut es aus. Gut gemacht. Du hast den Trainingslevel für... Für... Was? Für einen Fänger gemeistert? Ja. Natürlich haben wir das. Nächster Level. Okay. Schwimmen. Steuere mit den Bewegungstasten und den Seitwärtstasten, um dich nach links und rechts zu bewegen. Und die Tore auszuweichen. Ja. Wow. Ah. Okay. Da musst du aber die vordere Taste stehen lassen. Na, geht schon. Oh, der schwimmt schnell nach vorn. Alter. Kann ich da nicht... Achso, das hat Ausschuss, wenn ich da unten durch kann. Schau mal. Jetzt dachte ich, da kann ich durch. Nix da. Weitersprung mit Anlauf. Hänge dich an die Klippe, indem du... Was? Da rüberspringst? Wow. Das müssen wir jetzt halt ein bisschen probieren. Wow. Jawohl. Das klappt. Ah. 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 So. Yeah. Sauber. Ja, da musst du jetzt vorsichtig gehen. Da kann ich... Äh. Da sollte ich wirklich vorsichtig sein. So. Langsam. Langsam. Bravo. Fein hast du das gemacht. So. Langsam. Oui. Ja. Wie hüpf. Jawohl. Sauer. Was ist denn das? Schießübung. Schieße mit den Pfeilen die Scharfschützen ab und noch irgendwas. Aha. 15 Punkte. Wie schieße ich jetzt? Wie kann ich die Waffe wechseln? Ah. Mit da und so. Ah, das ist eine Karte. So schaut's aus. Achso, ich muss es erst mal nehmen. Okay, ich gehe die jetzt wieder weg. Achso, die geht von selber weg. Nö, oder? Mau. Äh. Mau. Wie geht denn die wieder weg? Ah, nun? Na, nicht so. Hä? Wie geht die Karte? Wie geht die Karte wieder weg? Hilfe! Achso. Achso, mit Q. Okay, mit Q wechselst du die Waffen. Okay. Ja. Okay. Ja, ist die Hammer momentan netter. Aber die Karte geht mir jetzt auf die Nerven. Äh, geh mal weg, Karte. Na, dass wir ihn nicht haben. Ah, die wäre jetzt weg gewesen, oder was? Ah, die geht von selber weg. Okay. Gut, wie ballern wir da jetzt? Ich würde sagen, so. Oh, Maria. Boah. Ich könnte so ein Dingensgebra... Oh, Gott. Jawoll. Den ersten Hammer schon. Ha. Und? Ah, fast. Da muss man ein Gefühl dafür reinkriegen. Ja. Hammer. Geschafft. Okay, ich denke mal mit Mega an... Mit Mega-Sprung. Ich hoffe... Wow. Sehr gut. Dann darüber wahrscheinlich. Oder? Geht sich das aus? Nö, schon darüber, ne? Oder? Das schaut so weit aus. Ah, da unten ist noch einer. Jawoll. Ist noch einer? Der da oben liegt schon, ne? Achso. Ja. Ah, supi. Und Level gemeistert. Yeah. Du hast ein Level für fortgeschrittene Anfänger abgeschlossen. Stell dich auf den Teleporter, um den Level für fortgeschrittene auszuprobieren. Jawoll. Scheint kommen jetzt die ersten Dino-Lands. Muah. So. Tiefes Tauchen... Was? Tiefes Tauchen. Schwimmen zum Boden des Beckens. Okay. Hui. Hammer Luft. Scheint unendlich zu sein. Na, fein. Muah. Muah. Und das ist ja schon mal recht einfach, ne? Hui. Und dann wieder hoch, nehme ich an. Fischi. Das soll es nämlich noch zwei Teile geben. Von Turuk. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege sie auch auf Steam. Hui. Hui. Springen! Du kannst beim Springern als Hilfe auch den nach unten blicken. Ach so! Ah! Um das einzuschätzen. Aha! Okay! Ich war, glaube ich, zu lange jetzt auf der Tastatou drauf. Also auf der Leertaste. Wow! Ah, scheißen Dreck! So, nochmal. Ja! Das ist, äh, ja. Wieder zum Einüben, ne? Und so. Hui! Dafür habe ich ja das Training gemacht. Hui! Ich schalte es an. Da ruf ich echt zu weit rüber. Ich brauche nur kurz. Nur kurz, Zocki. Nur kurz. Nur kurz. Hui! Jawohl! Hui! Ja, na. Siehst du, jetzt komme ich da nicht mehr weiter. Alter! Jetzt hänge ich da fest. Die Plattform etwas dicker machen. für Leute mit Wurstfingern wie ich. Schau. Okay, da darfst du nicht zu weit noch vor. Da rutscht man gleich ab. Okay. Ich dachte, ich kann es noch ein bisschen ausreizen. Nix da. Hui! Schau. Aber die ist so schmal. Jetzt werde ich da hängen. Jetzt hänge ich da fest. Heute meine Wurst. Ah, fast. Fast. Ja, ja. Das ist, äh, die gute alte Steuerung. Aha, okay. Lol. Jetzt will ich da einen Schritt nach vorgehen. Dann geht das schon wieder nach. So. Hui! 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 Ja, hui! Ja, wir haben es geschafft. Kartenmodus. Drücke die Karten-Taste, um den Karten-Modus zu aktivieren und deinen Weg durch die Höhle zu finden. Jo. Ha. Ach so. Mit Erkundung gleich sozusagen. Ich glaube, das war nicht so. Doch. Vielleicht. Sackgasse. Yeah. Das erinnert mich jetzt am Pokémon Mystery Dungeon. Ja. Gibt es hier dann auch versteckte Sachen, die man finden kann? Sollte? Na, das wird wahrscheinlich nur so... Ja, wahrscheinlich Waffenecken. So kann ich mich vorstellen. Also Munitionsecken. Dass du, äh, nachladen kannst. Wieder mal. Ja. Der rennt flott. Der muss ordentliche Muskeln an den Badeln haben, mein Lieber. So. Ja. Aha. Wir sind draußen. Danke, Karte. Kannst du weg. Ja. Auf dieselbe Taste nochmal. Diagonal. Diagonaler Sprung drücke die Sprung-Taste, während du die Vorwärts- und Seitwärts-Tasten gedrückt hältst. Aha. Ja. Ja, sicher. Hehe. Darüber will er. Darüber? Echt jetzt? Das soll klappen? Hm. Ja. Theoretisch ja. Okay. Ja, theoretisch. Aber nicht so ganz. Ja, ja. Ich weiß eh. Lol. Wie geht's Ihnen das aus? Das geht's Ihnen je aus. Ah, yeah. Geht's hier aus. Knapp, knapp am knappesten. Aber geht's hier aus. So. Die nächsten. Fortgeschritten. Schießübung. Schieße mit den Pfeilen die Scharfschützen ab. Jawohl. Das können wir schon. Oh, fast. Ja. Haha. Der hintere hat es erwischt. Scheiße. Er ist erwischt. Jawohl. Da oben ist gleich noch einer. Alter, schwere da. Alter. Ja, ja. Schon gut. Aber jetzt auch. Pff. Ha. Alter. Und der da. Darum ist hier noch einer, oder? Na, das hat mich dann... Habe ich mich getäuscht. Ja. Wow. Und jetzt? Ah. Na, ein Schritt zu weit nach vor. Ja. Juhu. Na toll. Das war jetzt zu kurz. Yeah. Wow. Drüber sollen du hättest sollen tun. Wow. Ja. So. Und jetzt? Darüber? Darunter, oder? Das Ding, da kommt es nicht hoch. Schein muss noch ihren umballern. Äh. Waffe? Quie. So war das. Genau. So. Das war wieder zu hoch. Alter. Jawohl. Äh. Äh. Und? Jawohl. Kommt jetzt was? Tatsächlich? Jo. Ähm. Waa. Okay. Das ist echt ne Probe für die Fingerlies, ne? Wow. Und? Ja. Jawohl. Supi. Hingehauen. Bravo. Schalter aktivieren. Finde die Tasten, um das Holzdinger zu, ja. Verschwinden zu lassen. Okay. Oh ja, ist klar. Oh Gott. Ja. Ja. Heureka. Ah. Da? War das der Schalter? Ist das ein Schalter? Ich hoffe. Nochmal zurück. Ist logisch. Heureka. Au. Was? Au. Na siehe, fall da drüber. Ja, aber es geht runter. So, kann man schummeln. Sehr gut. Und wir haben das fortgeschritte Level geschafft. Ja, gut gemacht. Du bist offenbar ein Naturtalent. Gute Jagd. Ja, natürlich. Ja, sicher. So, Spiel starten. Jetzt können wir endlich das richtige Spiel starten tun. So. Findet die Zentralruine. Öffnet Levelportale mit den Schlüsseln. Okay. Schlüssel finden. Zentralportal finden. Jawohl. Eyecappen. Was haben wir denn? Haben wir schon eine Waffe? Jo, den Bogen. Den Bogen. Den Bogen. Da vorne sehe ich ein Dinosauri allein. Ich habe es gesehen. Glaube ich halt. Oder auch nicht. So. Lagerfeuer. Benutzen kann man sowas nicht, oder? Ne, das ist nur ein Shooter. Also, es soll ja ein Shooter sein, ne? Gibt es dann sowas wie Heilpflanzen oder so? Ich habe keine Ahnung. Da denke ich wahrscheinlich schon zu weit nach vorn. Schau, da oben eine Puffen. Wie komme ich da hoch? Ich will da rauf. Ich will die Puffen haben. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen anderen Weg dahin. Was ist denn das? Ein Triforce. So, jetzt haben wir alle drei. Jetzt müsste ich natürlich noch mal was tun. Nein. Zelte und so, ne? So. Ich hüpfe. Ist das normal? Ja, schon, ne? Wahrscheinlich. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Schaut netza aus. War nicht zu hoch mit uns. Was übersehen? Nö. Ja, so geht's auch. Wow. Jetzt war da noch einer. Mir kam vor, es waren zwei. Wo bist du? Zeig dich. Kerl. Ist was kaputt gegangen? Scheint nur einer gewesen zu sein. Was haben wir denn da? Level 2 Schlüssel. Du hast einen Schlüssel gefunden. Er öffnet die Tür zu einem... Das Schloss zu einer kleinen Tür. So. Sind da vorne... Sind das alles? Ah, nein. Da ist irgendwas. Ist ein bisschen du. Ui, Magazinchen. Davon hüpft irgendwas. Ist das normal? Ich hoffe. Jojo. Haben wir da rüben auch noch was? Scheibe, gibt es hier doch was Verstecktes? Hier und da vielleicht. Eventuell. Aber wie kam ich? Wie komme ich? Darüber. Ich hoffe, das geht von der Seite. Ich will das nicht versäumen. Hm? Bin ich falsch? Nein, das passt ja so, ne? Ja, plus zwei Lebenspunkte. Sauber. So. Ich will die Puffen vielleicht ein bisschen sparen. Ich will auf die... Aufs Messer vielleicht. Weil sie Nahrangriffe machen. Na, was bist denn du? Bringt das Nahrung? Oh. Das ist ein Dino. Diese Dinosaurier übrigens, ja, sind, ähm, au, au, diese Dinos, äh, sind böse, ja? Also, wir rotten hier jetzt keine, ähm, keine, äh, seltenen Viecher aus. Nein, diese Viecher sind richtig böse. Na, nun kann ich dich erschießen, von hier aus. Wow! Jawohl, geht ja. Na, nü, das sind ja noch welche. Äh. Okay. Sind das Stiefel? Ich glaub, das sind Stiefel. Kann ich dich looten? Kann man den irgendwie looten? Ne. Der verwehst einfach nur. Okay. Der verwehst, tut. Na, servus, Kaiser. Servus. So. Kann man diese Gazelle da für Nahrung? Denk ich da zu weit? Ich will keine unschuldigen Viecher umbringen. Treffen wir's? Aha, das ist unverwundbar. Okay. Wah. Okay, ist unverwundbar. Wah, meine Waffe ist schon bald. Äh. Wie kann man einen Angriff... Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ne, aber wieder aus dem Messer. Wow, zwei Lebenspunkte. Nochmal Lebenspunkte. Aha. Jo, die kann ich eh brauchen. So. Jetzt sind wir da. Na, du. Rehlein. Rehlein. Kein mit weggesprengt. Du, Quatschka, du. Alter, mein Leben. Ich schaue schon ganz fertig aus. So. Hü, hüpf. Die Karte kann mal weg. Entschuldigung. Ah, au. Wer? Wo? Du da drüben? Ja, sicher. Hä, wie fliegen die? Alter. Jawohl. Aha. Wow. Ah, da trifft die automatisch. Die braucht nur Beilern. Das ist ja cool. Okay. Die mit der Pistole ist automatisch. Mit dem Bogen müssen wir da ein bisschen arbeiten. Hüi. Ich habe keine Ahnung, was die drei vor sollen. Ich würde schon für's gut sein. Nun, nun. Munitiona wäre super. Pia. So. Ah, da kommt schon wieder so einer. Alter, wenn der rennt, ne? War ich das? Ups. So. Ah, da hinten ist wieder so ein Watschka. Na, warte. Boah, zwei Pfeile habe ich nur noch. Hat er erwischt? Ja, habe ich. Also mit der Pistole ist es definitiv einfacher. Hast du keine Munition mehr drin? Versager. So. Au. Ja, Munitionchen. Für Pistole. Hm, da wische ich den von da. Au. Du Arschkopf. Jawohl, Level 2 Schlüssel. Da, 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 da. Da rennt er. Wischi, was? Wahrscheinlich eher nicht. Äh. Hä? Oh. Jetzt, da. Okay, man muss schon noch in die Richtung schauen. Damit das gut gehen tut. So, ist irgendwas an Leben? Ich habe nur mehr 28. Basteln haben wir umgeschossen. Puh. Jawohl. Jawohl. Bäh. Was? Kino, bleib weg. Leben. Leben, leben. Leben, leben. Leben, leben. So, ich baller die weg, Kerl. Was hat er denn da? Schrotflintenmunition. Ah, ja. Okay. So. Ich gehe natürlich noch die Pistolen-Muni holen. Aber wie komme ich jetzt zu dem einen? Ah. Da gab es ja dieses eine Dingens da am Anfang, ne? Wie kommt man da hin? Ich nix haben Ahnung. Ehrlich nicht. Eure K. Wow. Uh. Mit einer Machete. Schön für dich. So. Wow. Hörst du auf? Ich schieße dir ins Bein. So. Der rennt nämlich so schnell. Kann man da einen Baum hochklettern? Na, oder? Nein. Bein. 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 Kontrollpunkt. Na, schau mal. Da haben wir schon was geschafft. So. Hallo. Wo seid ihr? Tourok ist hier. Nein. Nicht Tourotock. Wir sind kein Pokémon. Nein. Auch wenn wir so stämmig ausschauen. Da oben ist ja noch so ein Humble-Man. Wow. Haut da wieder mit Granaten, der Mistsack. Na warte. Na warte, jetzt komm ich dich holen. Ich komm dich holen. Du Gerl. Ah, schau, schau. Der hat mich grad geholt. Wildsau. Kann man dich erschießen? Krieg ich dann was zu essen? So wie bei Asterix und Obelix? Tatsächlich. Die verliert Leben. Wenn man die anballert. Ah, das ist aber nicht schlecht. Die musst du einfach nur anballern, wenn man sie... Wow, aua. Wenn man sie halt erwischen. Oder auch nicht. So. Jawohl, da hab ich's gezeigt. Wo ist denn der eine jetzt hin? Ah, du Sacklbäcker. So. Eine Granate für uns. Ich weiß nicht. Kann man... Kann ich... Wie kann ich Granaten wechseln? Das hab ich noch nicht rausgefunden. Da war ich eigentlich nur die drei. Wie ich jetzt eine Granate schmeißen kann, hab ich gesagt... Kein Plan. Alter, was ist denn das für Stiefel? Ach so, Stiefel. Ja, ich brauch ein Stiefel. Das ist Schrottmunition. Ich brauch so ein Stiefel. Ich brauch so ein Stiefel. Wie krieg ich die? Aha, da hätte ich müssen hüpfen mit Anlauf. Aha. Okay, nochmal. Die will ich haben. Eine neue Waffe für uns. Die holen wir uns. Na, Schweinchen? Ja, das hat jetzt Angst vor mir. Ist eh klar. Da hinten ist wieder so ein Dino. So, aber diesmal. Boah, langsam. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Da hoffe ich, er reiche ich die, ne? Hoi, lecker. Scheiße. Du. Äh. Nochmal laufen? Was ist denn das eigentlich für ein Portal? Ist das was? Granaten? Polizienchen? Was war denn das für ein blaues Licht? Da bin ich nicht sauer gesprungen. Ärgerlich. Nochmal versuchen. Ich will die Schrote haben. Na, Wookie? Wo? Ich will es haben. Ich will es haben. Ich will es haben. Das will ich haben. La, la, la. Boah. Äh, 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 äh. Das schaut doch gerade aus, oder? Vielleicht muss ich das mit Anlauf machen. Boah, das wird's aber. Hoi, lecker. Jawoll. Schraubflinte. Boah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schweinchen. Lauf nur, Schweinchen. Ja, ja, ja. Lauf nur. Kriege ich noch ein Leben von dir, wenn ich dich erschieße? Boah, das wäre so gemein. Arme Schweinchen. So, gibt's hier noch Leben? Da ist nix mehr, ne? Ah, da wären wir auch hochgekommen. Okay. Ah, da ist was vielleicht. Hui. Was ist das? Sind wir da? Ein Höhlenlevel? Ist das normal? Hui, schau, was haben wir da? Ah, da hätten wir auch noch einen Schrott bekommen. Blub. Aha. Hui. Ah, hui. Ah, hui. Ah, hui. Hä, hab ich die vorübersehen? Oh, die haben nicht gezählt. Schweinshachsel. Boah. Aber wieso denn nicht? Schau ich das an. Hui. Ja, klar. Jetzt muss ich hoffentlich wieder am Anfang. Ja, Gott sei Dank. Nicht gezählt, ne? Wah. Fein. Ja, das war jetzt billig. Haha. Entschuldigung. Das war billig. Hui. Na, komm. Mach wie. Ja, geht ja. Mit ein bisschen gutem Willen. So. Hui. Hui. Na, jetzt falle ich da rein. Der Skill ist gerade über Bord gegangen. Jawohl. Hui. Wah, au. Du, Gratler. Au. Ich erwische ihn nicht. Ich erwische ihn nicht. Ich erwische ihn nicht. Ich erwische ihn nicht. Mit was denn jetzt? Mit was denn jetzt? Mit was denn jetzt? Alter, du Sau. Jetzt haben wir ihn erwischt. Boah. Mist, Kerl. Elendiger. Kann ich da hin? Jo. Boah, Alter. Ich erwische ihn nicht. Achui. So. Und. Yay. Wah. Langsam. Da ist noch einer. Wer ballert denn da schon wieder? Du? Ja, das glaube ich auch. Du hast es zum letzten Mal geballert. Du Kerl. Ui. So. Au. Der Schissbeschiff. Hallo, hallo. Ist das der richtige Winkel? Ich habe keine Ahnung. Ja, das verrückte ich. Ist klar. Yeah, ist klar. Au, ja. Au, ja. Jetzt bin ich lieb. Wo bitte belebt mich der wieder? Genau bei die Gegner, ey. Bist du Freund oder Feind? Feind. Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Das war jetzt Checkpoint, ne? Normal müsste man von da aus alles haben. Jetzt ist die Frage, darf ich da jetzt nochmal hin oder habe ich das komplett kaputt gemacht? Also komplett gefehlt. Wahrscheinlich komplett gefehlt und das darf ich dann immer rein, ne? Was ich habe, habe ich. Jep. Na, ich darf rein. Ah, das ist wieder ein anderes Ding. Hä? Wie geht denn das? Kriege ich da hoch? Au. Au. Der kann mich nicht treffen. Au. Au. Schwingt der schief, sag einmal? Hey nein, ich habe es nicht erwischt. Ach, leg mich doch am Arsch. So. Jetzt habe ich es gesagt. Ich muss den Part wenden. Der ist schon... Wir haben schon die 30 Minuten. Ich bin nur noch... Ah, hier hoch. So, jetzt bin ich glücklich. So. Na gut, ihr Lieben, das war es dann für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch das Spiel auch gefällt. Auch wenn ich mich wieder mal ein bisschen dämig anstelle. Aber das ist halt... Das seid ihr eh schon gewohnt zum einen. Und das ist eh nichts Neues zum anderen. Jo. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Und wünsche euch somit einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.